Listen. That's a heartbeat. It would be yours. It could be mine. Transfer. Registrierung. Asylantrag. Ich darf die Stadt nicht verlassen. Aber der Sprachkurs kostet doch Geld. It could be yours. It could be mine. Die Flüchtlinge, das ist immer so ein Begriff. Zwischen den Welten empfinden sich, glaube ich, Leute, die zum ersten Mal nach Deutschland kommen, die gerade die Flucht überwunden haben. Und es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, sich in Deutschland zu integrieren. Wer spricht denn mal kurz eben jemand an, den er noch nicht kennt auf der Straße oder im Geschäft? Wo sollen sie denn die Verbindungen finden? Und das alles wollen wir in Form eines Musicals für alle sichtbar machen. Das geht mir unter die Haut. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil die Entwicklungen der letzten Wochen nochmal aufgezeigt haben, dass man da auf jeden Fall ein kräftiges Zeichen setzen muss. Ihr seid es, die dafür sorgen, dass das Wort Willkommenskultur nicht einfach eine hohle Phrase ist. Wenn solche Projekte umgesetzt werden, mit so viel Selbstbewusstsein, ist das die beste Form der Integration. Nach Dortmund registrieren. Musik überhaupt, so künstlerische Aktionen, egal in welcher Form auch immer, bringt Menschen zusammen. Das ist unsere Art, damit umzugehen. Das ist ähnlich wie euer Projekt. Zwischen den Welten kann der erste Stein sein, der sich weiter fortsetzt. Ich glaube, das kann eine Wellenbewegung auslösen. Und Sie sind eingeladen, mit dabei zu sein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020